Ich bin sogar so nett und weil ich sage, dass du ein bisschen weniger Ahnung hast als ich. Er hat so viele coole Formate, sucht dir eines aus, wo du sagst, du bist da okay, das ist fair. Er hat so viele coole, sucht dir eines aus, wo du sagst, okay, das ist random. Ja, Bruder, und jedes ist nicht fair, weil du mehr Ahnung vom Fußball hast. Na, guck dir einfach an. Ihr Fußballer an den Emojis erkennt. Ja, dann hier an den Gesichtern. Hier? Okay. Verlierer gibt den anderen fünf Subs. Das sind Augen, Nase, Mund. Wenn jemand alle drei und der andere in derselben Runde nur zwei, hat derjenige mit dir drei gewonnen. Wenn es zwei, zwei ist, zum Beispiel, ich erkenne Nasen, Mund, eher Augen, Mund. Da hat er quasi, da haben wir quasi unentschieben. Ist eigentlich logisch zu verstehen. Hey, Ratti in der Mitte, 15 Sekunden habe ich. Neymar unten, Mbappé oben. Alles Paris. Ja, das ist Punkt, Digga. Digga, wie er mir nur zwei Sekunden geben wollte, war Gänsehaut. Am Anfang wird es wahrscheinlich um einfacher sein. Das ist so leicht, Digga. Jetzt bist du dran. Nicht stoppen. Nicht stoppen. Achso, nicht stoppen. Ey, Murtic, Marcelo, Casemiro. Ja, easy. Ich hatte kurz Ronaldo, Digga. Ich weiß nicht, warum Ronaldo auch so komische Haare gab, Digga. 1-1. Cristiano in der Mitte, Quadrado unten. Boah, oben ist schwer. Boah, ich weiß es leider. Warte, lass mich kurz überlegen. Digga, ich sag einfach mal Dybala, weil mir nichts einfällt. Es ist Dybala. Ja. Ja, nice. Ey. Wo kann ich mich gar nicht erinnern. Alle Dinge, ja. Murt, frag mal Emochat bitte rein, Murt. Also Ray oder Daniel bitte Emochat rein. Ich bin dran, ne? Äh, ich bin guckt. Ich bin guckt. Juan Marta, Bruno Fernandes, Markus Reschwort. Ja. Boah, Bruder. Oh mein Gott. Muss aber auch da anpassen. Ja. Gleichstand. Äh, Lewandowski unten. Müller Mitte. Choupo-Moting oben. Choupo-Moting sag ich einfach mal. Oh, ist richtig. Ja. Ja, ja, GG-Sticker. F***. Nice. Äh, Griezmann, Messi, what the f***, wer ist oben? Pjanic. Oh mein Gott. Schwer. Oh mein Gott. Man muss ehrlich überlegen, wer damals auch bei Basen war. Ja, Bruder, ich sag geistig kranke Ball-Knowledge, Bruder. Ich bin da ein bisschen stolz drauf auf mich, dass ich auf Pjanic gekommen bin. Der war stark. Ja. Messi und Griezmann. Oh mein Gott. Ey. Oh mein Gott. Alexander, Sadio Mane unten, Alexander Arnold Mitte und oben Firmino. Okay, fertig. Boah, ist auch schwer. Ey, warte. Ah ja, okay. Das könnte doch, weißt du, wer es sein könnte? Hätte Pogba sein können. Nein, auf gar keinen Fall ohne Pogba sein können. Das ist auch Mane, das ist ein Liverpool. Wer denn? Ja, ist richtig. Wer hättest du denn? Was hättest du denn gedacht? Es sah aus wie dieser Kavale, der zu Leipzig gewechselt. Das weißt du noch, der Portugiese. Oh, ja, Bruder. Äh, Edin Dzeko. Ja, Bruder, nein, nein. Petro, Petro oben. Unten Edin Dzeko. In der Mitte ist es Manolas. Soll ich sagen? Hm? Smalling. Erster Punkt für mich. 1-0. Oh nein, nein. Jetzt bist du dran. Oh, Vinicius unten, Mitte De Jong, oben Jean-Felix. Jetzt ist es gemischt. Jetzt fängt es an. Das ist wieder jetzt neue Runde, ne? Guck mal, die Nase von De Jong auf Twini, Digga, ey. Das ist zusammengeschnitten. Das ist jetzt neue Runde. Du bist jetzt wieder, aber du hast auch generell angefangen. Ja. Halmod bitte mal mitzählen. Boah, F***, Digga. Oh nein. Warum Serie A? Alejandro Gomez. Wie gesagt, ne? Das ist Vidal. Und oben... Ich weiß das. Morata? Ja. Boah, oh, die Geist, ey. Warum kriegst du den ganzen Tag Serie A, Digga? Das ist übel schwer, Serie A. Ja, Morata, bei Juven noch, Vidal und Gomez. Gott sei Dank, Digga. Du bist echt La Liga. Wir haben uns voll die scheiß Abwechslung gegeben, Digga. Oh. Mitte Gareth Bale, unten Timo Werner, oben Kevin. De Bruyne. Ja, links ist stark zu orientieren, die in der Down, ja. Aber ja. Das ist Bale. Ich hab nur mit Gesichtern, ich hab die Logos gar nicht angeguckt. Boah, das ist auch noch Bale-Saison, wo er für ein Jahr zurückgegangen ist. Zu Tottenham von Real. Dimitri Payet, Ikadi, Fabregas. Boah, auch noch Ikadi, wo er bei Paris war. Was haben die für abgef***te Spieler genommen? Fabregas auch einfach, dass er dabei ist. Ja, ja. Doch ich wurde aus Fabregas Monaco war. So letztes Jahr oder so, von der dannen Karriere. Tschüss, letztes. Ah, ja, ja. Ich dachte schon, du meinst grad letztes. Nein, nein. Fabregas und Fais. Ey, du musst schocken. Rakitic unten. Boah, scheiße, Digga. Äh, ich weiß es nicht, Bruder, ich weiß es nicht. Ich weiß es. Sag mal leise kurz. Äh, Mitte Koke, oben Koutoua. Fuck. Boah, das war knapp, ja. Ist es Koke? Ja, fuck. Ey, Digga, warum bist du so gut? Was, warum bist du mich voll? Ich habe keine Ahnung von Fußball. Bro, der Gesichter kann ich gut. Räumingsson Mitte, James Milner unten. Leicester City. Boah, ihr wisst alle, Bruder, Jamie Vardy. Ich hoffe. Jamie Vardy, ich hoffe. Muss wahr sein, die können jetzt nicht Drinkwater nehmen oder so. Ich kotze im Strahl. Milners, ja, Vardy, Son. Jawohl. Wie krass wäre das bei der Westen, wenn bei Son so irgendwer anders kommt? Das geht nicht. Dass er das Projektloser war. Lautaro, Martinez, Ibra, Buffon. Wie wollen die Schinken, ne? Buffon und ich den Trickbit. Ah, ich bin, ne? Upamecano. Coman. Hazard, Torgen, Bruder. Oh mein Gott. Nein, Bruder, Torgen, Hazard, schwierig, Bruder. Ich hätte den aber erkannt auch direkt. Der Torgen, Hazard war eine Saison dort gefühlt, Bruder. Das ist echt scheiße, was wir spielen, die Miggi. Der war wirklich eine Saison nur da. Daran war er weg auch. Kane in der Mitte, Kante unten und... Boah, warte, lass ich kurz überlegen. Ich weiß es leider nicht, ja. Weg. Pogba, dumm Kopf. Ja! Ja, Ausgleich! Bruder, das war doch auch wieses Pogba. Ist an dir doch sogar geschrieben, Digga. Du bist so ein Scheißspieler, Digga. Ja! Bei sich ist immer, boah, voll schwer und so. Benzema, Suarez. Coutinho. Mein Gott! Bruder, was ist das für Saisons, Digga? Was ist das für Saisons? Das ist 100% Coutinho. Es ist Ausgleich. Ja, ja. Ja, es ist Ausgleich. Es ist aushältlich. Du hast einmal gechokt, ich habe einmal gechokt. Ja. Oh mein Gott. Du bist... Zapata. Lukaku unten. Und in der Mitte. Bonucci. Ja. Stark. 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 Musik zu laut sagen die. Also hier. Im Video, leiser. Auba? Wer ist der Peach? Oben ist einfach. Nimm oben erstmal mit. Salah? Mittig. Kovacic. Ich sag Mitte, kann sein, bis er der Schwester. Ja, ne? Piqué oben. Mitte Hazard, Bré und Suarez unten. Warum haben wir aber zweimal Suarez, Digga? Warum machen wir den Suarez zweimal rein, hä? Sarri, einfach so eine Enttäuschung. Boah, aber stell ich kann sein. Schlechte Transfer in Geschichte von All-Time-Fußball. Wie der Son. Äh. Genau das Elfenbild. Giroud. Er weiß, was ich. Ich hab jetzt auch nicht gewusst. Agüero. Agüero. Oh mein Gott. Ne, warum nehme ich den Blondes? Oh, das... Ey, ich hab einen Punkt bekommen, weil ich bin ja vorgezogen. Ja. Warte, gleich kurz. Murata in der Mitte, Ibrahimovic unten. Das ist Nainggolan. Okay, Punkt, ne? Raja. Ja, Sarri. Oder Guarin. 2-1. Vidal. Vidal. Krass, ich hab gesagt Vidal. Oh mein Gott. Ja, du hast auch gechokt. Nein, nein, ich hab davor aber den Punkt bekommen. Das heißt, ich muss jetzt nachziehen. Wenn du es schaffst, dann hast du... 2-2. Marlon Neuer. Blaschikowski. Leon Bailey. Reus oben, Reus, Reus, Reus. Ich hätte Haaland gesagt. Reus, Haaland, es ist Haaland. Es ist Haaland. Ja, kein Punkt bekommen. Es ist Haaland. Oh mein Gott. 2-1 für mich. Nein, nein. Fünf Giftel. Es hat richtig Spaß gemacht dabei, ne? Das hat echt Spaß gemacht. Das war übel intense. An solchen Games finde ich es so wichtig, dass man nacheinander macht. Ja. Wenn wir so voneinander herrufen würden, dann wäre viel zu viel Anspannung. Ja. JGs, danke fürs Einschauen bei den Freunden. Lass dir gerne einen Like da. Was war das? Was war das? Da ist nix. Warum zählst du? Da ist nix. Lass gerne einen Like, das gerne einen Komi da. Check gerne Hamid ab. Ich bin jetzt 25 Euro. Ja, Mann.